können sie sich leisten mit 60 jahren in den ruhestand zu gehen ja das ist möglich sagt unser heutiger gast in diesem online seminar um das zu erreichen benötigen sparer und anleger allerdings planung disziplin und weitsicht es kommt also auf das richtige anlagekonzept an finanzielle freiheit im ruhestand erreichen sie liebe webinar teilnehmer also nur wenn sie der ruhestandsplanung systematisch und konzeptionell wenn sie sich dieser nähern und genau das wollen wir in den kommenden 60 minuten tun guten abend und herzlich willkommen zu diesem finanz.net webinar mein name ist marcus gentner und ich darf heute mal wieder ihr moderator sein ich sehe schon herr lange ist bereits zugeschaltet ich möchte mich jetzt schon bei ihnen liebe webinar teilnehmer für das große interesse an dieser veranstaltung bedanken schön dass sie mit dabei sind und ich habe es gerade gesagt herr lange hat sich schon über seine webcam zugeschaltet ich freue mich ihn mal wieder begrüßen zu dürfen herr lange vielen dank dass sie heute wieder dabei sind guten abend und willkommen zu diesem finanz.net webinar ich danke für die einladung herr kentner einen schönen guten abend herzlichen willkommen auch von meiner seite herr lange wir hatten den finanz.net webinaren bereits mehrfach das vergnügen miteinander jetzt schon etwas länger nicht mehr möglicherweise sind sie natürlich auch den meisten unserer zuschauer bekannt ich möchte sich dennoch bitten sich in ein oder zwei sätzen kurz vorzustellen verraten sie uns etwas zu sich und ihrer arbeit und erklären sie uns doch bitte auch ganz kurz was einen certified financial planner das sind sie nämlich auszeichnet sehr gerne die details nehme ich gleich noch mal auf mit einer folie ich bin im alltag berater in finanzangelegenheiten rund um das thema vermögen für das fazit vermögenszentrum und als certified financial planner spezialisiert für alle vermögensthemen seien das wehrpapiere seien das immobilienversicherungen oder eben auch das planerische da kommen nachher gleich noch mal zu mehr informationen certified financial planner ist quasi der ausbildungsintergrund den sie angesprochen haben als zertifizierte finanzplaner für sie da vielen dank herr lange bis hierhin bevor wir in ihren vortrag direkt gleich einsteigen möchte ich sie verehrte zuschauer noch schnell auf unseren webinar chat hinweisen bei fragen oder verständnisproblemen regelmäßige teilnehmer unserer webinare kennen das bereits können sie uns während der veranstaltung über die chat funktion kontaktieren einige ihrer fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unseren experten weiterleiten am ende der veranstaltung wollen wir wie immer in einer fragerunde gemeinsam noch offene fragen klären hoffentlich auch wirklich dann alle fragen und nun herr lange sie dürfen gerne ihren bildschirm mit uns teilen ich werde sie nun werde ihnen nun die macht übertragen ihren bildschirm uns zeigen zu können und sie dürfen uns gerne dann mehr über die ruhestandsplanung erzählen bringen sie gerne los lang das tue ich sehr gerne vielen dank an sie was wird uns in der nächsten dreiviertel stunde beschäftigen finanzielle unabhängigkeit im ruhestand das thema müsste von unterschiedlichen seiten beleuchten die zeit reicht jetzt nicht aus um überall ins detail zu gehen ich möchte ihnen allerdings schon ein paar handfeste hilfestellungen mit auf den weg geben bei diesem webinar mit denen sie wirklich auch was anfangen können dazu sofort mehr wen vertrete ich wer ist das vz vermögenszentrum wir beraten seit über 27 jahren mittlerweile zum kundinnen und kunden auf honorar basis zu unterschiedlichsten altersvorsorge themen spezialisiert für das thema ruhestandsplanung was muss ich tun um mir die erwerbsaufgabe leisten zu können ist das vermögen richtig aufgestellt wie kann ich ein zusatzeinkommen aus dem vermögen generieren um langfristig sorgenfrei den dritten lebensabschnitt genießen zu können ich habe ein bestehendes wehrpapierdepot ist das optimal aufgestellt welche optimierungen kann kann können vorgenommen werden oder auch ich habe einen liquiden anlagebetrag angesammelt oder aus einer fällige lebensversicherung aus dem mobilen verkauf aus einer erbschaft was auch immer die lege ich diesen ziel sicher und passend an das sind alles fragestellungen mit denen sie auf uns zukommen können wir werden ihnen entsprechend auf honorar basis und ohne jegliche interessenskollisionen weil ohne jegliche produktangebote ohne jegliche provisionen ihnen angebot machen um ihnen da weiter zu helfen das ist ganz wichtig wenn wir sie konzeptionell beraten dann haben sie immer die möglichkeit eine eigenumsetzung zu machen oder auch unsere dienstleistung im bereich einer umsetzung wiederum anzufordern das sehen sie auf der rechten seite dass wir auch im vermögensverwaltungssektor unterschiedlichste angebote haben für alle größenordnungen und zielsetzungen wir haben auch sparer die wir bedienen können mit einem etf portfolio was wir haben für sie managen und wir haben auch lösungen die ansonsten im deutschen markt eher deutlich am aussterben sind nämlich die depot beratung oder anlageberatung das heißt sie brauchen einen sparringpartner wo sie ideen backupen können und der sie ab und zu challenged und ihnen neuen input gibt es mit ihnen bespricht und sie dann diese umsetzen oder auch die möglichkeit über unsere bank dass sie selber wertpapiertransaktionen voll ziehen wir verwalten im bereich der wertpapier dienstleistungen über 25 milliarden euro und an kundengelder wir beschäftigen mittlerweile knapp 1200 festangestellte mitarbeiter an über 30 standorten in der schweiz und in deutschland und gehören uns mehrheitlich selber was ein ganz wichtiger umstand ist um die unabhängigkeit zu bewahren das ist das credo was uns begleitet seit firmengründung und auch immer prägen wird wir wollen uns auf die gleiche seite stellen mit ihnen zusammen auf die produktwelt schauen und ohne von der produktseite her interessenskollisionen zu bekommen in form von provisionen sie beraten und das gelingt indem wir von ihnen entsprechend bezahlt werden direkt durch sie bezahlt werden das ist die einzige art und weise wirklich interessenskollisionsfreie dienstleistung bieten zu können das vorab in aller kürze zu uns gerne am schluss in der fragerunde nochmals etwas detaillierter wenn wir uns mit dem thema der finanziellen unabhängigkeit im ruhestand beschäftigen dann müssen wir uns klar machen in welcher phase man sich befindet je nachdem können auch die aufgaben und die fragestellungen die zielsetzungen ans vermögen unterschiedlich sein ich zeige das hier kurz auf wir können vereinfacht in drei phasen unterscheiden die erste phase ist quasi die ansparphase wo es darum geht ganz klar vermögen aufzubauen sie haben noch einige erwerbsjahre vor sich wo sie weitere sparbeträge leisten müssen um ein vermögen aufzubauen was sie zum zeitpunkt der erwerbsaufgabe verwenden um nachher davon zu leben und diese phasen die sind sicherlich etwas alters abhängig im großen und ganzen zeitpunkt der erwerbsaufgabe ordentlicher zeitpunkt zwischen 60 65 gesetzlich natürlich noch als ein dicker mehr um zwei jahre aber das ist so in etwa die größenordnung alles davor ist im zweifel der vermögensbildung gedacht und alles danach ist im zweifel dafür da von diesem vermögen zu leben und dieses zu nutzen zum besseren leben zu nutzen die zielsetzungen sind etwas unterschiedlicher meine ausführungen würde ich auch etwas strukturieren nach diesen phasen sie haben die möglichkeit mehr einen kurzen hinweis zu geben über eine umfrage wo sie sich auf diesem schaubild in etwa befinden sind sie eher noch in der ansparphase oder schon kurz vor der erwerbsaufgabe oder befinden sie sich bereits im ruhestand wenn sie mir erlauben mit einer sehr hohen teilnahme mir dann eindruck über sie zu verschaffen und ich sie bitten dürfte der umfrage die herr gentner gleich einblendet zu folgen herr gentner wenn ich sie bitten dürfte die umfrage zur kundensituation einzublenden jawohl herr lange die umfrage liegt bereits auf liebe webinarteilnehmer sie können aus vier verschiedenen antwortmöglichkeiten wählen in welcher phase befinden sie sich erstens alter unter 40 dann befinden sie sich in der langfristigen ansparphase alter 40 bis 55 dann befinden sie sich in der mittelfristigen ansparphase alter 55 bis 65 das ist die übergangsphase und die ruhestandsphase da befinden sie sich wenn sie über 65 jahre alt sind stimmen sie gerne mit ab das hilft uns wirklich sehr und nutzen sie nun noch die gelegenheit hinein zu klicken das wäre ganz toll ich bedanke mich bereits jetzt schon mal dafür dass sie mitmachen und ich sehe schon sie klicken fleißig hinein fast 80 prozent der webinarteilnehmer haben bis jetzt mit abgestimmt das haben wir genau jetzt erreicht nach exakt einer minute und ich denke das reicht auch ich schließe die umfrage hiermit wieder und übertragen uns allen das ergebnis auf die bildschirme und herr lange und wir alle können sehen dass die meisten unserer webinarteilnehmer die jetzt bei dieser umfrage mitgemacht haben sich in der übergangsphase befinden und einige aber auch noch etwa ein drittel befinden sich noch in der mittelfristigen ansparphase was sagen sie zu diesem ergebnis trifft das ungefähr ihre erwartungen ich muss sagen es trifft genau meine hoffnung weil dann die inhalte in dem fall richtig angeworben wurden es landet ganz offensichtlich all das mäßig die richtigen teilnehmer hier im webinar das freut mich sehr ich glaube ich habe für jede phase ausführungen mit dabei und gerade für den schwerpunkt hier die zweite dritte vierte kategorie da gibt es auch am meisten futter bei meinen weiteren ausführungen da freue ich mich wenn wir gleich weiter machen können wunderbar lange ich möchte gerade kurz hinzufügen wir haben diese umfrage auch in anderen webinaren das eine oder andere mal schon gestellt als wir glaube ich zuerst das erste mal ein webinar miteinander gehalten haben da gehörte ich auch noch in die erste gruppe da bin ich leider jetzt nicht mehr das ist mir gerade aufgefallen wie schnell die zeit vergeht wie schnell wir alle älter werden also ich bin dann jetzt nicht mehr in der langfristigen ansparphase sie dürfen aber umso wichtiger wird dass sie das ansparen und die anlage eben richtig machen ich möchte für diejenigen die er in der früheren phase sind auch von der heutigen teilnehmer vielleicht kurz sondern keine hinweis in eigener sache geben jetzt auf dem geteilten bildschirm sehen sie ein qr-code und ein app was ich anwerbe das ist eine entwicklung unseres hauses finden sie in google und im apple playstore unter dem namen binz was machen wir dort das ist ihr digitaler altersvorsorge berater wo sie mit standard werden oder daneben auch mit hundertprozentiger individualisierung ihre renten simulieren können eingeben wie sie heute aufgestellt sind was sie schon wissen was ihre ziele die wunschrenten sind der zeitpunkt der erwerbsaufgabe den sie sich wünschen um dann von winz berechnet zu bekommen sehr eindrücklich wie ich finde rechts ist das gezielt über so einen akku und wie viel akkufüllung sieht noch aufladen müssen sprich was sie eigentlich noch sparen müssen und dann haben sie auch die möglichkeit präferenzen anzugeben bei der befüllung der verbleibenden der offenen wunschrente und damit den winz auch eine empfehlung geben kann in welcher art und weise sie diese lücke schließen sollten das kurzer hinweis in eigener sache insbesondere für sagen wir mal alle unter 55 danach muss es umso persönlicher werden in der beratung da müssen wir wahrscheinlich eher persönlich sprechen so viel vorab das wird auch der schwerpunkt jetzt sein für die phase die ab 50 quasi kommt das ist die phase wo ich finde da kommt es wirklich darauf an dass man sich jetzt mehr mit details auseinandersetzt ich gehe gleich noch auf unterschiedliche anlageklassen ein und untersuchen sie und beurteile sie im hinblick auf die tauglichkeit im ruhestand um dann ein anlagekonzept vorzustellen und einen abschluss zu finden worauf kommt es an wann können sie sich die erwerbsaufgabe leisten und was können sie sich leisten das wann das ist schon davon abhängig quasi wie hoch die finanzausstattung ist wie viel geld sie angespart haben und das was sie sich leisten können das hängt auch sehr stark von der zusammensetzung ab des vermögens es gibt situationen wo viel brutto vermögen da ist aber nichts runtergebissen werden kann das gilt es frühzeitig zu erkennen um das auf den richtigen weg zu bringen vielleicht kurzen zahlenspiel damit jeder was mitnehmen kann zwei die größenordnungen leiter schon beeindruckend sind leider deswegen sie sehen es gleich an wegen der großen zahlen wenn sie im ruhestand lebenslang eine rente selbst generieren wollen aus ihrem vermögen von 1000 euro monatlich kaufkraft zum beginn es braucht nach einer gewissen inflations anpassung heute haben wir keine inflation aber dieser zustand wird nicht so bleiben mittelfristig gehen wir von zwei prozent aus für seine längerfristige ruhestandsplanung also ist das hier einzukalkulieren und ich frage jetzt quasi denn die finanz mathematik was muss ich für einen stark kapital haben um ein leben lang eine rente von 1000 euro plus inflationsausgleich zu generieren das hängt natürlich auch davon ab wie das kapital was dann eingesetzt wird noch rentiert wenn es gar nicht rentiert dann brauchen sie umso mehr kapital wenn es gut rentiert brauchen sie weniger kapital es hängt davon ab wie alt sie werden wenn sie nur für 15 jahre die rente sichern wollen und brauchen sie weniger kapital wenn sie noch 40 jahre vor sich haben brauchen sie mehr kapital oder wenn sie das kapital in der substanz erhalten wollen brauchen sie noch mehr in zahlen ich unterstelle jetzt einfach mal dass informierte anleger von finanzen net eine rendite erwirtschaften hier jetzt mal unterstellt vier prozent also zwei prozent real rendite zwei prozent über der inflation liegende rendite das ist absolut machbar wenn sie was tun und das ergebnis hier ist sie brauchen wenn sie 25 jahre lang diese rente generieren wollen also das kapital mittelfristig verzehren 235.000 euro startkapital wenn sie etwas später beginnen und also eine kürzere rente brauchen 200.000 wenn sie eine längere wollen steigt dieser betrag bis hin zu fast 400.000 wenn sie das kapital in der substanz erhalten wollen für die nachkommende generation beispielsweise und das sind aus meiner sicht schon große zahlen ich mache das gerne mit so einem merkposten für 1000 euro monatsrente später ein leben lang brauchen sie etwa eine viertel millionen bis 300.000 euro da müssen sie also einiges dafür tun das ist nicht so einfach angespart aus dem erwerbseinkommen man muss heute mit solchen größenordnungen arbeiten ich möchte gerne in der praxis gerade dann wenn sie leute sind für die zehn jahre vor dem ruhestand sind oder vielleicht fünfer jahre oder schon ganz kurz davor dann müssen wir detaillierter werden dann können wir nicht mehr mit solchen vogelperspektive größenordnungen rechnen dann müssen wir in die details gehen wir lieben es uns mit finanz situationen zu beschäftigen um genaue einnahmen situationen zu analysieren um ausgaben situationen zu analysieren und das auf den zeitstrahl zu legen um so zu errechnen wie viel entnahmen sie irgendwann brauchen also wie viel übersteigen die ausgaben die einnahmen das heißt was müssen sie aus dem vermögen erwirtschaften um langfristig leben zu können überleben zu können den lebensunterhalt bestreiten zu können ob es funktioniert oder nicht das hängt natürlich nachher vom vermögen ab hier von der vermögenshöhe und ich habe vorhin auch angedeutet von der vermögenskonstellation da komme ich gleich noch mal genauer drauf rechts sehen sie quasi ein schaubild am durchaus aus der praxis gegriffen wie sich eine solche liquiditätsunterdeckung entwickeln kann wenn ich aufhört zu arbeiten und ich habe vielleicht zum anfang noch keine renten dann habe ich einen hohen liquiditätsbedarf dann fliessen die renten dann verringert sich der liquiditätsbedarf etwas dann habe ich jetzt hier weiter rechts eine überdeckung das ist vielleicht mit im alter von 67 jahren die lebensversicherung die während dem berufsleben abgeschlossen wurde die dann zur auszahlung kommt und nachher kommt wieder eine laufende entnahmephase aber wichtig ist zu erkennen das ist ganz elementar der bedarf kann sehr individuell unterschiedlich sein in der regel sind einkommenslücken vorhanden aber also die nachher gedeckt werden müssen durch das angesparte kapital wichtig ist aber zu erkennen diese einkommenslücken die können sehr stark schwanken und dementsprechend braucht es das ist ganz elementar eine hohe flexibilität eine gute handelbarkeit bei der vermögensanlagen weshalb ich auch da so zusammenfassen würde die wichtigsten aspekte bei einer geldanlage im ruhestand sind ganz klar natürlich brauchen sie eine hohe liquidität eine hohe fungibilität des vermögens sie wollen rankommen sie wollen flexibel was entnehmen können führen urlaub für ein autokauf etc die liquidität die flexibilität die gibt es nicht umsonst dafür müssen sie auch anlagen wählen die jetzt nicht so hohe schwankungsrisiken eingehen anlagen mit hohen schwankungen die haben vielleicht eine einschränkung bei der liquidität oder es gibt anlagen die haben die eine lange bindung haben also die hier entsprechend wenig punkte bekommen dementsprechend gibt es auch noch einen dritten aspekt die rendite auf die wir achten müssen die ist sehr wichtig im bereich des vermögensaufbaus der ansparphase im ruhestand ist sie etwas weniger wichtig aber wie wir vorhin anhand des zahlenbeispiels gesehen haben durchaus auch noch von großer bedeutung dieses dreieck hier viele von ihnen werden das kennen mit dem begriff das magische dreieck der kapitalanlage das heißt deswegen so weil sie nicht eine bedingung verbessern können ohne abstriche zu machen bei einer anderen die anlage die laufen liquidierbar ist ohne schwankungen hoch rentiert die gibt es leider nicht und so würde ich die gewichtung in etwa sehen die dunkelblaue markierung für die wichtigkeit im ruhestand steuern begleitet sie häufig aber ist nicht mehr ganz so elementar wie während der erwerbsphase dafür ist gebühren wichtiges thema gerade auch im hinblick jetzt nicht unbedingt nur ruhestand sondern im hinblick auf die tiefzinssituation sind die renditen im allgemeinen etwas gesunken dementsprechend nimmt eine bestehende produkte gebühr mehr bestandteil weg von der rendite also ist der aspekt wichtiger worden keine unnötigen gebühren zahlen sondern nur die die auch entsprechende leistung mit sich bringen wenn ich auf die unterschiedlichen vermögensanlage kategorien eingehe dann muss ich gleich plakativ starten mit tagesgeld das ist keine lösung für den ruhestand tagesgeld ist eine gute lösung für einen kleinen liquiditätsbedarf tagesgeld ist keine anlage form die ihnen ruhestand irgendwas hilft bei der einkommenssicherung ich habe hier auch mit einem schmunzeln versehen denn die besten 35 angebote am tagesgeldkonditionen zusammengefasst quasi mit null zins darauf müssten sie ja noch steuern zahlen am ende ist im moment rentiert tagesgeld nicht man muss froh sein wenn man nicht strafzinsen bezahlen muss eine bank muss strafzins leisten die kostet cash kostet bei der bank geld zum teil wird es an kunden weitergegeben sagen wir mal wir starten hier bei der null müssen dann berücksichtigen dass wir haben zwar aktuell aufgrund der corona situation und der kauf zur rückhaltung der nachfrage des nachfrageschocks gibt es keine inflation die ist sogar leicht negativ ausgewiesen worden von der statis im september mit 0,2 prozent minus das ziel der ezb ist aber mittelfristig nahe an die 2 prozent um zu kommen deswegen müssen sie ehrlich gesagt haben hier rechnen das geld kostet sie rendite negative in der real rendite zwei prozent das merken sie nach einem jahr nicht wenn sie 100.000 euro auf die aus konto legen aber wenn sie 100.000 euro für 20 jahre lang aus konto legen und sie jedes jahr an kaufkraft verlieren dann können sie kamen nach nach 20 jahren nur noch einen bruchteil der güter kaufen die sie zum eintritt in den ruhestand kaufen können und das ist wirklich verschenktes geld da müssen sie darauf achten ist keine lösung es muss was getan werden mit dem kapital was kann damit getan werden zum beispiel kommt immer wieder das thema immobilien auf verständlich in den letzten jahren viel positiv in den schlagzeilen gewesen für den ruhestand bedeutet dass ich lege mein geld in immobilie an und versuche durch mieterträge einen laufenden ertrag zu generieren ich spreche hier als bewusst nicht von der immobilie zur selbstnutzung die hat andere aspekte die wird selten als kapitalanlage gesichtspunkten gemacht das sind andere aspekte die dort dominieren ich spreche hier wirklich von der kapitalanlage und also von den mieterträgen die hier angestrebt werden und da muss man erkennen dass gerade die letzten jahre die situation schon noch extremer wurde als ohnehin schon es ist sehr viel kapital erforderlich sprich es muss ein hoher immobilienanteil da sein um einen vernünftigen ertrag zu generieren wir haben hier sechs jahre alte studie mitgenommen vom deutschen institut für wirtschaftsforschung wieso so alt weil die auswertung nicht neu ergibt und ich finde die auswertung extrem hilfreich was sagt diese aus die haben untersucht wie die jährliche netto rendite ist von privat immobilien als privat genutzten wohnungen und häusern in deutschland regt über regional muss man sagen und das ergebnis ist relativ erschreckend es gibt viele immobilien die im laufenden keine rendite abwerfen hier ein viertel der immobilie und ein fünftel der immobilie sind unter null oder null bis zwei prozent jährliche laufende rendite also die hälfte rentiert nicht was die mieterträge angeht und das ist aber meine zielsetzung im ruhestand und es werden immer weniger die sehr sehr hohe rendite abwerfen wieso ist das mein ziel im ruhestand wenn die immobilie an wert steigt dann kann ich mir davon zunächst mal nichts kaufen ich kann das nur nutzen wenn ich sie verkaufe und danach keine immobilie mehr hat spreche aber als immobilie als ertragsquelle für den ruhestand also muss ich quasi die haltephase anschauen und dort hilft mir eine wertsteigerung herzlich wenig die frage ist welche mietsteigerung ich machen kann und was bedeutet das dass wir hier eine studie aus 2014 haben da hören wir vielfach ja das ist ja völlig veraltet immobilien sind toll gelaufen in der zeit ja eben genau das ist so die sind sehr gut gelaufen was bedeutet das für sie als kapitalanleger die rendite die ist gesunken wenn wir da ein beispiel anschauen von münchen dann sind die letzten zehn jahre die immobilien kaufpreise um 143 prozent durchschnittlich gestiegen eine enorme steigerung die kaufpreise demgegenüber sind die mieten nur in anführungszeichen um 55 prozent gestiegen das heißt die relation was ich pro eingesetzten pro gebundenem euroanlagekapital als laufende enttrag heraus bekommen die schlechte geworden für den ruhestand also muss man ganz klar überlegen wenn ich einen laufenden ertrag will da muss ich viel geld einsetzen in die immobilie um davon gut leben zu können wenn ich natürlich mit immobilien handel und immer wieder einen gewinn erwirtschaften kann dann kann da daraus ein schuhwerten wie ich gerne sage aber dafür brauchst du ein sehr großes kapital was sie einsetzen können müssen das bleibt nur ganz ganz wenigen vorenthalten die möglichkeit alternative oder vielleicht ich will das nicht so negativ stehen lassen erlauben sie mir noch einen kommentar zur immobilie ich bin fan von immobilien immobilie gehört in den vermögen rein aber bitte immer mit spitzen bleistift rechnen nicht blind meinen immobilie ist eine einwandstraße das wird immer mehr wert es kommt sehr darauf an einerseits auf lage 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 und andererseits muss ich eben die cash rate anschauen die monatliche cashflow zahl und die ist häufig sehr schlecht die kommt häufig schlecht raus wenn ich das so anschaue wie gerade wenn ich gerade kurz noch die gedanken ergänzen darf mit einer frage aus dem plenum es geht da auch um die immobilien und ein webinar teilnehmer sagt er könne durch den geringen eigenkapitaleinsatz eine große hebelwirkung erzielen und damit eine menge kapital aus aufbauen dass man eben später im ruhestand durch den verkauf freisetzen kann sehen sie das genauso oder liegt der webinar teilnehmer hier nicht ganz richtig rechnerisch liegt der gold richtig aber ist ein hohes risiko damit verbunden wenn die immobilie nicht die erwünschte wertsteigerung erfährt dann kann der schuss deutlich nach hinten losgehen das muss man halt einfach wissen dass wir dieser teilnehmer der die frau gestellt hat auch wissen zum einen also ein fremdkapital hebel ist immer eine möglichkeit im übrigen kann ich auch aktien mit fremdkapital kaufen aber das risiko ist entsprechend sehr höher als auch in eine andere richtung gehen kann ich gebe zu bedenken dass ein immobilienkauf je nach region in deutschland und je nachdem ob makler eingesetzt wird oder nicht zwischen 10 und 15 prozent kauf nebenkosten mit sich bringt die muss ich auch zuerst mal wieder reinholen bevor ich mal auf null bin und dann entsteht irgendwann ein hoffentlicher gewinn gilt es noch mit zu berücksichtigen das zweite was dazu zu sagen ist ich spreche hier ganz bewusst über die immobilie in der rentenphase sie haben jetzt die situation beleuchtet also der fragende in der vermögensaufbauphase dort gibt es natürlich eben so eine möglichkeit im ruhestand zur einkommenssicherung ist das modell zu spät das hätten sie 20 jahre oder 15 jahre früher laufen lassen müssen was aber sicher auch gemeint war bei dem teilnehmer die die frage gestellt hat vielen dank sehr gerne rentenversicherung sehr beliebt in deutschland versicherungsprodukte und lebensversicherung da ist deutschlands weiterhin weltmeister und anders als im fußball ist es derzeit ja nicht amtierende weltmeister wenn ich mich recht erinnere wir haben mehr lebensversicherungen als bundesbürger das ist ziemlich einmalig und auf der welt das kommt daher dass wir sehr vertriebsorientiertes land haben und diese vertriebler ganze arbeit gemacht haben die konnten sehr viel an mann bringen die letzten 20 jahre die rate wird geringer im ruhestand ist das absolut noch eine relevante grösse was bedeutet lebensversicherung im ruhestand ich meine sie jetzt eben wiederum nicht mehr zum kapitalaufbau das ist hinter uns sondern im ruhestand als einkommensquelle und da bedeutet das ich gebe der versicherung kapital was dort angesammelt wurde oder ich zahls auf einen schlag ein und will eine lebenslange leibrente rente davon bekommen ich tausche also mein kapital gegen rente da ist dazu zu erwähnen dass damit in verbindung steht mangel der flexibilität ich gebe mein kapital weg und kann nicht mehr flexibel darauf zurückgreifen das ist bei der versicherung und sie macht mir das versprechen dass sie mir ein leben lang eine rente zahlt und leben lang heißt wirklich ein leben lang das kann sein dass das nur ein paar jahre ist und das kann sein dass das ganz ganz lange ist für die versicherung ist im durchschnitt über alle versicherten entscheidend dass nicht der durchschnitt der versicherten länger lebt als die durchschnittliche errechnete rest lebenserwartung weil ansonsten die versicherung drauf liegt ich zeige dass hier anhand eines beispiels sie geben der versicherung 100.000 euro und bekommen eine monatliche rente jetzt hier in form von jahreszahlungen aufgeführt und dem alter was damit geführt wird das heißt dass von ihnen eingezahlte kapital wenn ich jetzt das ausdrücke als gebundenes kapital das nimmt ständig ab nämlich durch die erhaltenen renten und ich frage finanz mathematik wiederum den rechner ab wann habe ich durch die erhaltenen renten mein eingezahltes kapital von 100.000 euro zurück und das ergebnis ist ziemlich genau egal welches angebot man anschaut statistische rest lebenserwartung plus drei bis fünf jahre von der deutschen aktuars vereinigung aufschlag rechnet weil wir noch einen fortschritt haben im gesundheitswesen und die deutschen immer länger leben erst danach haben sie mehr zurückbekommen als sie mal eingezahlt haben das heißt also jeder der früher verstirbt als der durchschnitt muss sicherheit zuschlag diesen geschäftsicherung jeder der diese statistik trotzt und länger lebt der kommt langsam in eine gewinnphase rein das bringt sich es ist am ende abhängig davon wie lange sie leben und davon ist abhängig ob das rentabel ist oder nicht auf jeden fall kann man sagen das ist eine sehr bequeme möglichkeit sie haben nichts an arbeit sie bekommen laufend eine zahlung was sie halt hergeben ist die flexibilität sie können nicht mehr 20.000 mehr entnehmen und mal wieder was mehr drin lassen sondern sie müssen mit dem auskommen was entsprechend umgewandelt gezahlt wird wir merken häufiger in der praxis dass diese flexibilität vielen fehlt und die mehr flexibilität wollen weshalb wir auch eine lösung kreiert aber und umsetzen in der praxis und über ein wehrpapier depot wo wir schauen dass wir das so diversifizieren dass es möglichst gut diversifizierte risiken hat oder aufweist und wir aber eine flexibilität bieten können bezüglich der entnahmen wie könnte das ausschauen wir definieren mit dem kunden über seinen betrag x eine grössenordnung an verbrauchsteil der verbrauchsteil wird quasi so bemessen dass er in etwa die einkommenslücken die wir aus der finanzplanung errechnet haben für zehn jahre abdeckt um diese lücken die müssen wir sehr sicherheitsorientiert anlegen oder die gelder die dafür notwendig sind sehr sicherheitsorientiert anlegen und mit einer hohen liquidierbarkeit da dürfen nicht drei monatige kündigungsfristen haben etc sondern das muss flexibel sein um gut entnehmen zu können dann wenn man es braucht und wie viel man braucht es muss aber rechnerisch natürlichen rahmen zum einhalten den man sich selber gesetzt hatte und dann gibt es vom gesamtenlagekapital dann noch einen weiteren teil der nicht in den verbrauchsteil eingebracht wird der also wenn diese bedingung hier eingehalten wird die nächsten zehn jahre sicher nicht benötigt wird und das ist dann der sogenannte wachstumsteil der jetzt dafür da ist diese entnahmen von oben zu kompensieren und dementsprechend ganz andere rahmenbedingungen schafft für die geldanlage da muss er nicht laufend verfügbar sein und möglichst geringe schwankungsrisiken sondern da darf etwas mehr musik rein mit dem ziel renditen zu generieren in der illustration kann das etwa so ausschauen dass sie den verbrauchsteil hernehmen um eben diese laufenden entnahmen zu generieren dass sie auf der anderen seite wachstumsteil haben wo sie schwankungsintensivere anlagen einsetzen ich sag mal als basis eher aktienorientiert unterwegs sind mit dem ziel über den anlagehorizont von ich bleibe beim beispiel zehn jahren um kursgewinn zu realisieren um dann womöglich diese jetzt diese zweite etappe einzuleiten um so weiterhin sicherheitsorientierte anlagen zu haben um den lebensunterhalt zu decken und wieder ein restkapital zu haben mit dem man wachstumsorientiert anlegen kann und ganz wichtig ist aber dass man genau diese relation verbrauchsteil wachstumsteil gut kalkuliert und dass die hand und fuß hat weil wenn ich aktienorientiert investiere auch im ruhestand was meine aussage nach auf jeden fall gut gemacht werden kann aktien im ruhestand ist kein tabu sondern eigentlich schon fast ein muss um zu einer vernünftigen anlage rendite zu kommen aber wichtig ist bedingungen zu erfüllen sie müssen wissen wer in 18 anlegte hat erhöhte verlustwahrscheinlichkeiten aktien darf nicht verwendet werden für gelder die ich in einem jahr brauche oder auch nicht in fünf jahren brauche weil wir sie hier sehen haben wir eine 32 prozentige verlustwahrscheinlichkeit wenn sie das geld nach einem jahr wieder benötigen oder noch eine 20 prozentige verlustwahrscheinlichkeit wenn sie nach fünf jahren auf das geld angewiesen sind da gibt es also wirklich sehr viele chancen einen schlechten zeitpunkt zu erwischen für eine entnahme und dann ärgern sie sich bei aktien ist es wichtig dass sie einen langen anlagehorizont haben es gibt keine historisch gesehen 15 jahresperiode wo sie entsprechend eine einen gesamtverlust erwirtschaftet haben sondern dort steigt die wahrscheinlichkeit auf eine positive rendite ich nehme dazu das schaubild auf der rechten seite her mit einer 70 prozentigen wahrscheinlichkeit haben sie bei einem zehn jahres anlagehorizont in einem breit diversifizierten aktienportfolio eine rendite chance von sechs prozent und mehr und bei einem 15 jährigen anlagehorizont sogar von 74 prozent also es ist höchstwahrscheinlich dass sie da wirklich eine gute rendite erzielen und damit muss man arbeiten im ruhestand nur das geld in aktien investieren was wirklich sagen wir mal mindestens zehnjährigen anlagehorizont hat um die etablen strategie auch gut umsetzen zu können und in der praxis führen wir das dann zusammen wir wollen ein gesamtportfolio machen was ihren individuellen finanzbedürfnissen dem entnahmebedarf entsprechend gerecht wird ihrer zielsetzung also und auch ihre risikobereitschaft rechnung trägt was nachher so aussehen kann wie links da sind keine prozentangaben mit drin weil das individuell sehr unterschiedlich ist ich wollte es allerdings hier mit andeuten wir brauchen eine liquidität einfach nur als restliquidität das laufende manövriermasse wir brauchen anleihen haben sicherheitsorientierte und rendite orientierte anleihen wir müssen wahrscheinlich auch mit fremden währungen arbeiten für die mittelfristigen entnahmebedarf innerhalb des verbrauchteils und wir können auf der anderen seite unterschiedliche weitere anlagen machen sei das investierbare versicherungspolisen da gibt es auch möglichkeiten um quasi einen konstanten ertrag zu generieren der zinsunabhängig ist und nicht vom kapitalmarkt abhängig ist oder mit rohstoffen edelmetallen oder eben unterschiedlichen aktien kategorien das sind dann ganz klar anlagen des wachstumsteils weil sie hohen schwankungen unterliegen und dementsprechend einen längeren anlagehorizont brauchen um die verlustwahrscheinlichkeit in griff zu bekommen auf verträgliches maß runter zu kriegen wir können sie unterstützen bei der aufsetzung eines solches solcher modelle sei das die gesamtberatung was für sie die richtige gesamtvermögenskonstellation ist schon bei der finanzplanung für den ruhestand das ist unsere lieblingsdisziplin und dort über alle vermögensanlagen hinweg einnahmen ausgaben steuern und auseinanderzusetzen und so aussagen herzuleiten ob sie sich den vorzeitigen ruhestand leisten können was sie noch tun müssen wie das geld angelegt werden soll und wenn es darum geht in die tat umzusetzen in der praxisverantwortung zu übernehmen helfen wir gerne im rahmen unsere verwaltungsdienstleistungen möchte das inhaltliche damit noch mal kurz zusammenfassen tagesgeld ja aber bitte nur als kleine puffer kurzfristig entnahmen nicht als geld anlage dafür ist es keine lösung immobilien ja aber achtung sie brauchen viel grundkapital sie haben keine flexibilität mehr da braucht wirklich auch einen langen langen atem und ist eigentlich nicht unbedingt für die einkommensgenerierung dieses modell mit dem fremdkapital hebel vielleicht lieber nicht für den ruhestand sondern für eine phase davor ansetzen lebensversicherungen ist absolut eine möglichkeit ich sage jetzt mal vor allem dort wo keine laufenden renter oder nur geringe laufenden renter ansprüche erworben wurden selbstständige beispielsweise die weder eine gesetzliche noch eine betriebliche vorsorge haben die können sich um eine basis an einkünften erkaufen durch eine lebensversicherung weil das auch die einzige möglichkeit ist um ein sogenanntes langlebigkeitsrisiko abzusichern also wer trägt das risiko dass sie 110 jahre alt werden und dann immer noch an ausgaben bedarf haben das geht nur mit der lebensversicherung also mit der rentenversicherung die bei wehrpapieren tragen sie dort mehr vom eigenen risiko weshalb sie auch eine höhere gesamtrendite erwartung haben dürfen mit den wehrpapieren können sie es am individuellsten gestalten die flexibilität dort erarbeiten mit sicherheitsorientierten anlagen wo sie es benötigen aber eben auch nur für den betrag und genügend reale inflation oder reale werte aktien zu ergänzen um attraktive rendite zu haben und die kosten haben sie je nach umsetzung auch selber im griff für die etwas jüngeren vielleicht noch mal ein kurzer hinweis ist auch für den mit der frage vorhin sicherlich relevant wenn ich jetzt sage ich bin noch im vermögensaufbau und ich möchte das einmal noch zum abschluss illustrieren wie wichtig diese zinses zinseffekt ist was das für ein guter helfer ist wenn ich einfach nur nur in anführungszeichen nur spare über 10 20 oder 30 jahre hier jetzt mal als beispiel konstante 500 euro in der praxis wird steigen im zeitlauf hier mache ich mal eine konstante kalkulation da bin ich bei 180.000 euro erspartes kapital summe der einzahlungen über 30 jahre wenn ich jetzt das geld verzinslich anlege und drei prozent pro jahr erreiche dann habe ich einen helfer dann habe ich am ende nicht 180 sondern 290.000 euro also habe ich ich erinnere mich am anfang an zahlen beispiel schon mal eine rente von 1000 euro monatlich quasi erdient erarbeitet und wenn ich eben gut darauf achte dass ich haben das kapital mühles frühzeitig schon gewinnorientiert anlege dann und hier mit sechs prozent oder sechs prozent erreiche dann sehe ich was diese zinses zinseffekt führen helfer am wert dann bin ich nicht bei 180 nicht bei 290 sondern bei 490.000 euro oder kann damit schon 2000 euro lebenslange rente dann im ruhestand mehr leisten das ist ganz wichtig diese macht der zeit diese macht des zinses zinses zu erkennen und dann entsprechend auch zu nutzen und unter anderem dafür sind wir da sie dabei zu coachen in den unterschiedlichen lebensphasen die richtigen die für sie relevanten fragestellungen rauszuschälen um dort hilfestellungen zu leisten um sie auf dem richtigen weg zu bringen oder sie zu bestätigen dass sie auf dem richtigen weg sind wir bieten ihnen gerne hiermit ein persönliches erstgespräch an auch zu corona zeiten auch in zeiten von verschärften kontaktbeschränkungsmaßnahmen da ändern sich vielleicht nur die kommunikationswege aber der gesprächsbedarf an sich der sinkt nicht wir bieten jedem von ihnen ein persönliches erstberatungsgespräch an telefonisch per video besprechung oder in einem der vz niederlassungen in deutschland sind das münchen frankfurt nürnberg düsseldorf wo wir mit dem entsprechenden schutzkonzept auch heute noch zu kunden persönlich empfangen können derzeit oder für die nächsten vier wochen wird vermutlich eher video besprechung oder telefonisches gespräch gesucht und wir bieten all diese optionen an es geht beim erstgespräch darum herauszufinden was ihre situation ist was ihre fragestellung ist und ihnen aufzuzeigen womit wir uns weiter beschäftigen sollten um dann quasi auch die richtige dienstleistung anzubieten und das kann eine honorar dienstleistung sein sie sehen sie aufgelistet wir helfen ihnen in allen vermögensangelegenheiten weiter das können wir maßschneidern das angebot so wie sie entsprechend benötigt wird und da gibt es keine standardvorgaben dann immer rücksicht auf ihren wissensstand können mit anfängen umgehen können mit alb profis umgehen da können wir unsere ausarbeitung so anpassen und den ansatz in der beratung dass das ihnen entsprechenden nutzen erbringt und wer sei das jetzt direkt oder nach einer beratung gerne auch eine umsetzungsdienstleistung unsererseits annehmen will der kann das ebenfalls sehr gerne tun im bereich der vermögensverwaltung helfen wir portfolio dauerhaft zu bewirtschaften nach unterschiedlichsten maßgaben mit fonds mit dts mit einzelwerten so wie es die situation entsprechend sinnvoll erfordert wir können auch beim vermögensaufbau hilflich sein oder eben sie beraten oder einfach nur als plattform für vermögensumschichtungen für portfolio transaktionen für sie da sein das erst gespräch ist kostenfrei wir nehmen unsere stunde zeit um uns mit ihnen zu beschäftigen nutzen sie das gerne im anschluss an dieses webinar danach wollen wir natürlich auch was für unseren aufwand wir verdienen im honorar auftrag um ihre interessen zu vertreten oder dann im bereich der vermögensverwaltung abhängig vom verwalteten volumen und wer dort sagt ja ich bin ich will jetzt zuerst mal so eine lockere erstorientierung haben und nicht direkt ein persönliches gespräch das ist zwar schade weil ich glaube bei jedem ist es sinnvoll zu sprechen auch wenn es nur eine bestätigung ist aber dafür haben wir eben auch diese app entwickelt die ich eingangs schon angesprochen habe wo ich sie gerne noch uns darauf hinweisen würde winz in einem der app stores oder unter winz-vorsorge.de finden sie auch weitere informationen kostenfreie download möglichkeit für einen leitfaden für den ruhestand nutzen sie das gerne und da würde ich auch ganz gerne den ball noch einmal an den herrn gentner spielen und die zweite und letzte umfrage zum schluss einzublenden zum weiteren vorgehen damit sie mir vielleicht auch da so eine kurze rückmeldung mit darin wir geben können jawohl herr lange vielen dank ich habe den ball direkt aufgenommen und die umfrage bereits eingeblendet dazu liebe webinarteilnehmer habe ich aber noch folgenden hinweis das ergebnis dieser umfrage wird nicht an sie alle übertragen dieses ergebnis unterliegt selbstverständlich dem datenschutz sie können die frage ja schon erkennen und haben sich das sicherlich gedacht bitte bedenken sie außerdem dass sie mit dieser umfrage dem vz die möglichkeit geben sie zu kontaktieren auch wenn sie sich zum beispiel bei der anmeldung gegen die weitergabe ihrer daten entschieden haben ich freue mich jedenfalls sehr wenn sie sich hier genauso zahlreich wenn sie hier genauso zahlreich mitmachen wie in unserer ersten umfrage für sie ist das natürlich besonders bequem wenn sie hier mitmachen und dann vom vz direkt kontaktiert werden sofern sie interesse an einem erst beratungsgespräch natürlich haben und sie müssen dafür auch gar nichts tun und wie sie auch eben gesehen haben auf der folie von herrn lange ist natürlich dieses erst beratungsgespräch auch komplett kostenfrei da zahlen sie natürlich nichts das wäre ja nicht ganz fair wenn sie jetzt hier aus versehen klicken und herr lange ruft sie an und dann sind sie erst mal 1000 euro los erlange das wäre wirklich nicht fair das machen sie nicht oder es wäre schön für uns aber nein so wollen wir die kundenbeziehung nicht starten wir wollen da langfristigere faire vorgehensweisen genau wir sind ja das vz hat ja keine unseriöse telefon hotline also darauf verzichten wir sie kaufen hier auch kein abo oder einen staubsauger also alles seriös selbstverständlich und das hilft einfach sie direkt zu kontaktieren so inzwischen haben fast die hälfte unserer webinar teilnehmer abgestimmt ich denke das reicht der rest hat vielleicht kein bedarf oder möchte eben seine daten nicht hier noch weiter geben dann schließe ich hier mit diese umfrage und herr lange ich bedanke mich schon mal für ihren vortrag sie haben da die folie bereits aufliegen vielen dank für ihre aufmerksamkeit daraus schließe ich dass sie durch sind mit ihrem vortrag richtig absolut korrekt und ich würde auch an der stelle noch was danke sagen für ihre aufmerksamkeit und die teilnahme ich freue mich wenn im nachgang fragen aufkommen wir leben nicht von den webinaren sondern wir leben davon dass wir personen kennenlernen finanzsituation kennenlernen und da ins eingemachte gehen und mehrwerte zu schaffen für sich persönlich und da würde es mich sehr freuen wenn wir viele von ihnen dann noch persönlich sprechen können und so in gesprächssituationen kommen und jetzt stehe ich auch gerne falls relevante fragen da sind herr gendner für rückfragen über den chat noch zur verfügung jawohl herr lange wir haben ein paar fragen es sind nicht allzu viele aber wir haben ein paar und die wollen wir natürlich noch klären hier noch mal der hinweis sie sehen ja die kontaktdaten von herr lange also wenn sie jetzt hier eingegeben haben nein ich bin selbst finanzprofi bei der umfrage dann können sie natürlich auch herr lange direkt kontaktieren im nachgang dieses webinars oder auch im laufe der nächsten tage wenn sie fragen haben es gibt ja manche dinge die können jetzt hier nicht über das webinar geklärt werden wenn es eben sehr individuell wird mit der frage deshalb auch hier gleich der hinweis an unsere webinar teilnehmer wenn sie mir oder uns jetzt eine etwas zu individuelle frage zugeschickt haben dann müssen sie verstehen dass wir diese natürlich hier nicht beantworten können wir können nur diese frage dann etwas allgemeiner formulieren da kann herr lange sicherlich was dazu sagen herr lange zum schluss sind wir auf die kosten zu sprechen gekommen können sie da vielleicht noch eine frage dazu beantworten und zwar fragt uns ein webinar teilnehmer ob denn die honorar höhe und nicht unabhängig sondern eben abhängig ist von der höhe des geldes oder des kapitals dass man bei ihnen dann investiert klare antwort nein die honorar höhe bemisst sich nicht am volumen sondern an der komplexität der fragestellung wer nur eine kurze frage hat also die die kurz zu beantworten ist der zahlt auch ein sehr geringes honorar und wäre eine umfangreiche rufstandsplanung benötigt mit einer vermögensstruktur beratung mit einer analyse von einem umfangreich diversifizierten wertpapierportfolio und hat vielleicht noch nachlassplanungs fragen der hat entsprechend höheres honorarvolumen das bemisst sich am zeitaufwand und nicht an dem volumen des vermögens wunderbar damit haben sie auch direkt eine rechtsanwalt oder steuerberater und nicht den notar sie haben direkt eine antwort vorgegriffen das war nämlich die nächste frage ob sich das an einem stundensatz errechnet das tut es das haben sie hiermit beantwortet und jetzt die frage haben sie auch nein bleiben wir mal bei den kosten welche entstehen denn danach das fragt auch ein webinarteilnehmer welche kosten entstehen danach was zahlt man wenn man bei ihnen ich nenne es mal so wenn man mit ihnen ins geschäft kommt genau sehr breite begriffe ins geschäft kommen weil es ja unterschiedliche möglichkeiten gibt mit uns ins geschäft zu kommen aber vielleicht darf ich das so ein bisschen klasten so als merkposten in der vermögensverwaltung können sie eine dienstleistung von uns eine all in one dienstleistung für circa ein prozent erreichen wir haben eine bandbreite vorhin angegeben 0,7 bis 1,4 prozent ich sage jetzt mal als merkposten rund um die ein prozent was heißt die bandbreite wir haben dienstleistungen die vergleichbarer sind mit einem robot weise wo sie aktiv auf uns mit der frage zu kommen müssen aber ansonsten einfach nur die vermögensbewirtschaftung einkaufen für kleinere anlage beträgen mit standardisierten konzept und auf sparen mit etf basis für den vermögensaufbau das bieten wir sehr kompakt und sehr günstig für 0,7 prozent all in inklusive mehrwertsteuer an also das langste paket und dann gibt es eben auf der anderen seite eine umfangreiche vermögensverwaltung wo wir diverse beratungsleistungen inkludiert haben die bei 1,4 prozent in der teuersten spannen sparen anfängt und dort volumen abhängig da ist es dann volumen abhängig reduziert wird und und wir geben immer stich vor den testen kollision vermeiden eine all in fee bekannt das heißt was immer sämtliche transaktionen beinhalten es fallen keine ausgabe aufschläge an es fallen keine umschichtungskosten an keine depot gebühren konteführungsgebühren etc das ist alles inklusive auch die beratungsgespräche und gewisse konzepte sind dann mit abgegolten das vielleicht so als rahmen genau bei mir kommen sie herr lange sehr ruckelig gerade rüber ich hoffe das problem habe nur ich und nicht die webinarteilnehmer auch noch aber wir sind ja auch kurz vor 19 uhr vielleicht ist das internet damit voll ich weiß es nicht wir hätten eigentlich noch zwei drei fragen und die würde ich ihnen gerne noch stellen ich hoffe nicht dass wir am ende hier noch einen supergau erleben und abbrechen müssen kommen wir direkt zur nächsten frage eine webinarteilnehmerin ich darf ihr alter verraten sie ist 47 und spart seit 18 jahren in einer kapitalbildenden versicherung ein sie können sich vorstellen was das für ein problem ist sie bekommt keine zinsen mehr was sollte sie tun gut sie spart schon länger mit ein das heißt sie hat den altvertrag wo noch eine garantie für zinsung im zweifel versprochen wurde und auch weiterhin gilt und eingehalten wird ich kann jetzt nicht eine schlussendliche beratungsempfehlung aussprechen aber eine wahrscheinlich keine tendenz ist schon wer so lange schon einzahlt der hat sieben sämtliche teuren anlaufphasen schon hinter sich im zweifel müsste das weitergeführt oder sollte die polize weitergeführt werden lassen sie uns aber persönlich ins gespräch kommen um blick reinzuwerfen was es für änderungsmöglichkeiten gegebenenfalls in der polize gibt und was ansonsten vorsorge möglich oder vorsorge vehikeln vorhanden ist ob man vielleicht die gewichtung etwas ändert aber im zweifel da spricht nichts dagegen zwingend das aufzuhören altverträge haben auch den vorteil dass sie früher geltende garantieverzinsungen weiterhin leisten und das kann durchaus ein vorteil sein in der heutigen anlagewelt ein anderer webinar teilnehmer fragt ob es denn nicht notwendig für ein mindesteinkommen im alter ist eine rentenversicherung zu haben stimmen sie dem zu herr lang genau das hatte ich als beispiel schon versucht vorhin kurz zu erwähnen wer in der situation ist zum beispiel ein selbständiger der keine gesetzliche rentenansprüche erworben hat oder keine berufsständische versorgung aufgebaut oder aufbauen konnte der quasi auf sich allein gestellt ist was das einkommen angeht ja bei dem kommt das absolut in frage da spielt auch die rentabilität nicht die entscheidende rolle sondern der sollte sich durchaus ein basis einkommen einkaufen über so eine rentenversicherung kann für mich absolut eine option sein ich würde nicht die ganze vorsorge darüber stemmen weil die flexibilität völlig verloren geht und 7 im zweifel nicht rentabel ist vielleicht wenn jetzt eine ehepartner da ist oder kinder noch in der gesamtsituation da sind dann ist das auch kein so günstiges vehikel weil die nur unzureichend berücksichtigung finden da ist eine freie anlage nachher besser individuell anschauen um eine konkrete empfehlen zu haben aber ja ich glaube die ausführung hoffe ich sind klar was halten sie von ausschüttungs starken papieren wie reiz oder dividendenaktien fragt hier ein webinarteilnehmer noch viel das kann eine gute ergänzung sein im rahmen dieses diese etappen strategie mit verzehr wachstums modell im bereich des wachstumsteiles da können absolut ein wichtiger bestandteil können dividenden starke aktien sein meinetwegen auch immobilien aktien reeds kann dort eine ergänzung sein als risikogesichtspunkte immer nur eine ergänzung nicht eine zu starke konzentration dividendenaktien sind ja deutlich ertragreiche ausschüttungsreiche wie so manche anleihen im heutigen zinsumfeld zumindest und wir dürfen aber deswegen nicht blind werden alles in dividendenpapiere stecken weil dividenden können auch ausgesetzt und reduziert werden und wenn man eine zu starke gewichtung von dividenden starken aktien mit ins portfolio nimmt dann wird man auch einseitig dann hatte man zum beispiel vom boom der letzten jahre im technologiebereich herzlich wenig weil dort nicht die dividendenaktien angesiedelt sind also am ende muss es eine passende mischung sein die sie sich zusammenstellen müssen wo wir logischerweise sehr gerne behilflich sind ihnen da klare empfehlungen zu geben egal wie sie sie am ende umsetzen ob mit uns oder selbstständig aber die ergänzung auch attraktiv auf jeden fall gehört mit rein ja vielen dank herr lange wir haben kurz vor 19 uhr liebe webinar teilnehmer sie verstehen sicherlich dass wir jetzt an dieser stelle zum ende kommen müssen nicht mehr alle fragen beantworten können das tut mir auch leid aber es sind jetzt auch noch einige fragen reingekommen die sehr individuell sind wie zum beispiel die gerade aktuell letzte frage es geht darum dass jemand einen bestimmten grundstock bereits angespart hat und in ein paar jahren in rente gehen möchte mit einer rentenauszahlung das ist natürlich sehr speziell und natürlich auch jetzt für uns schwer zu beantworten auch für herr lange am besten kontaktieren sie das vz da direkt die kontaktdaten haben sie ja bereits gesehen und ich bedanke mich bei ihnen herr lange für ihren vortrag ich und natürlich auch für die beantwortung der fragen das ist selbstverständlich bevor wir zu ihrem schlusswort kommen möchte ich sie verehrten zuschauer nun noch darauf hinweisen dass dieses webinar aufgezeichnet wurde und falls sie die eine oder andere folie noch mal sehen wollen können sie das natürlich mit dieser aufzeichnung noch mal anschauen diese sollte heute abend noch auf finanzen nett zu finden sein ansonsten erhalten sie diese natürlich auch immer mit einer entsprechenden e mail heute abend oder morgen früh sie dürfen noch ein kurzes fazit ziehen gibt es etwas das sie noch nachtragen wollen etwas das ihnen bezüglich der urstandsplanung noch besonders wichtig ist ich hoffe dass sie erkennen konnten dass uns das auseinandersetzen mit zur urstand situation mit finanz situation einfach großen spaß macht dafür gehen wir täglich in die arbeit auch heute übrigens noch auch ins büro physisch um daran zu arbeiten ich hoffe dass das rüberkam weil ich gerne möchte dass diejenigen die jetzt gerade so interessante fragen auch zum schluss gestellt haben und herr gendner sie sagten ja da sind noch ein paar offen gerade die angesprochene frage würde mich an sich außer interessieren das sind genau die momente in denen wir richtig gebraucht werden und auch mehrwert leisten können nehmen sie das auf sprechen sie uns an notieren sie die kontaktdaten herr gendner schickt ihnen im nachgang ja auch noch eine eine mail zu und gerne können sie auch direkt auf mich oder auf unser haus zu gehen wir lieben es uns individuell mit ihren situationen auseinanderzusetzen und uns auszutauschen und mir ist das größte anliegen dass das rübergekommen ist dann gewinnen wir glaube ich am meisten damit vielen dank dass ihr unser gast in diesem webinar waren ich würde mich wie immer sehr freuen wenn wir uns bald mal wieder an ort und stellen treffen wünsche ihnen noch einen angenehmen abend alles gute und in diesen tagen muss man das ja leider wieder verstärkt sagen bleiben sie gesund und auch bei ihnen verehrte zuschauer möchte ich mich recht herzlich für ihr interesse an diesem mitnehmen danken vielen dank dass sie sich die zeit genommen haben machen sie es gut viel erfolg bei ihren künftigen investment investments und auch ihnen gesundheitlich alles gute tschüss bleiben sie uns gewogen bleiben sie gesund grüß aus münchen